Was ist denn jetzt? Nee! Merci? Ist nicht dein Ernst. Das sind die Neuen, weißt du? Die müssen noch motiviert werden, damit sie weiterspielen. Uwe, tut mir leid, aber du kannst nicht länger mit uns spielen. Du bist vom Level her einfach so low, du ziehst uns runter, das geht nicht. Tut mir leid. Boah, ich bin so hart neidisch, das gibt's gar nicht. Scheiße. Oh, gemein. Herzlichen Glückwunsch, aber geh. Ja. Ja. Ja.